Neujahrt, okay. So, die Follower Alerts sind leider erstmal deaktiviert. Und da hat einer eine Mine gefunden. Die Skiffs sind bis oben. Jetzt sind wir natürlich viel, viel näher dran. Die sind noch da hinten beschäftigt. Wollen wir mal versuchen schnell rüber zu rennen, ich weiß es halt nicht. Das ist eine gute Idee. Hinten waren noch Schüsse zu hören, also ich weiß nicht. Da jetzt schon einer losgerannt ist, wie von der Tarantel gestritten. Oh, hier hast du ja auch einen Sporn, der kann ja auch direkt runter rennen. Das ist ein Steff. Hör mal auf zu wickeln, ein kleiner Freund. Das ist jetzt ein Skephalonspieler. Das ist ein Steff. Das ist ein Steff. Das ist ein Steff. Das ist ein Steff. Mittendrin stand nur dabei. Mist, vorher hatten wir mehr Glück, also das war wirklich, das hätte wirklich von Erfolg gekrönt sein können. Jetzt dahin rennen, das ist Selbstmord. Ich komme noch nicht mal an den Holzstabel ran, dann werde ich schon drüber an der Ecke liegen. Das Mikro mal richtig setzen. Bits wären besser gewesen, ja Bleispender. Ja, oder echte Follower, echte Zuschauer, das ist auch was. Irgendeiner ist da rumgesprungen. Und pass nach, das kann. das war so schön man das war so schön das war so schön da unten ist schon einer aktiv jetzt haben wir nicht mal was zu essen das war so schön das neigen sie sich den wolf mann don't let the party stop you from doing what you love you are in control fanrier herzlich willkommen ich grüße euch Leute mit 15 mann reitert die reihen wenigstens mal was echtes eine echte person den kenne ich den gibt es wirklich warte ich lese gleich ich will bloß noch schnell hier rüber dann können wir auch ein bisschen quatschen beuger grüß dich fangrier herzlich willkommen nochmal dann können wir ja dann können wir ja oh das war so schön und und du Alter, mein Herz, leck mich am Arsch. Dank dem Beutel, der kam vor Feierabend zu mir geradet. Geil, danke Beutel. Oh, heute ein Raidkreisel, ich wurde von Ghost Spectre geradet, dann hatte ich Fenrir geradet und nun sind wir alle hier und danke, danke, danke euch. Ich hatte kurz Bedenken, weil wir gerade etwas angeschissen waren, irgendwelche Fake-Follower kamen hier rein, dann haben irgendwelche vier Hanseln irgendeinen Scheißdreck in den Chat geschrieben. Es war zwar ein bisschen blöd, ich wollte auch noch ins Gebüsch rein, weiter, dass sie mich nicht sehen, ich wollte sie eigentlich gar nicht erschießen. Ich hätte sie gerne an mir vorbeirennen lassen, aber der eine hat es mitgekriegt, der ist dann stehen geblieben, naja, dann blieb mir nichts anderes übrig. War eigentlich nicht meine Absicht, ich will doch eigentlich nur meine dumme Quest machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.